Ob Asphalt, Schotter oder Parkwege, mit dem komfortablen Salomon Sense Propulse sind keine Wege deiner Stadt vor dir sicher. Er bietet dir dank seiner tollen Passform und seiner technischen Eigenschaften alles, um dein Training innerhalb deiner Komfortzone zu absolvieren, aber auch mal darüber hinaus zu wachsen. Mit seinem weichen Innenfutter im Fersenbereich hält der Sense Propulse deine Füße sicher im Schuh. Zusätzlich wird der Halt durch die Overlays und das Schnürsystem unterstützt. Die Quicklaces kannst du übrigens einfach in der Tasche auf der Zunge verstauen. So bleiben sie auch nicht in Sträuchern hängen. Auffällig ist sicherlich die voluminöse Zwischensohle. Gerade wenn du etwas kraftvoller auftrittst oder viel Komfort bevorzugt, kann sie überzeugen. Und mit ihrem Aufbau unterstützt sie auch eine aktive Abrollbewegung. Wenn du mal nicht auf ebenem Asphalt oder Beton unterwegs bist, dann kannst du dich auf die Kontergrip Außensohle verlassen. Sie ist robust und scheut auch vor gröberen Untergründen nicht zurück. Und du brauchst auch keine Angst vor spitzen Steinen oder Wurzeln zu haben. Der Profilfilm schützt effektiv vor deren Durchdrücken und somit vor Schmerzen. Mit dem Salomon Sense Propulse am Fuß bezwingst du den Großstadtdschungel. Hol ihn dir in deiner Runners Point Filiale oder hier online unter www.runnerspoint.com.